Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich heute ganz außerordentlich. Ich sage das zwar immer, aber diesmal ist es immer so. Aber ich freue mich ganz außerordentlich, die Yvonne de Barck begrüßen zu dürfen. Hallo Yvonne. Hallo Ingo. Es ist total schön, dich wiederzusehen, weil es ist gar nicht so lange her, dass wir uns in die Augen geschaut haben. Und zwar sehr, sehr intensiv. Yvonne und ich, wir waren halt auch zusammen auf dem Interaction Slam in Köln. Im Mai, glaube ich, war das. Und es gab eine sehr schöne Übung, wo wir sehr intensiven Kontakt haben. Das hat sehr viel Spaß gemacht. War eine schöne Übung, ja. Ja, auch das Zusammenspiel zwischen uns hatten wir sehr gut gefallen. Natürlich. Für die, die dich nicht kennen und noch nicht so intensive Kontakte hatten, wie ich das vielleicht getan habe, magst du dich ganz kurz selber vorstellen? Ich mich vorstellen? Ja. Das ist schwierig, weil ich mache so viel. Ja, dann hau raus. Der eine oder andere kennt mich vielleicht eventuell aus dem Fernsehen. Ich bin seit 25 Jahren Schauspielerin. Hakelt das jetzt noch? Ja, ein bisschen. Aber red weiter. Ich bin seit 25 Jahren Schauspielerin. Ich habe in allen möglichen Serien mitgespielt, außer Tatort. Okay. Und Bergdoktor habe ich auch nicht gespielt, aber in allen möglichen. Ich habe Kinofilme gedreht und viele kennen mich vielleicht aus Unter uns. Da habe ich die Frau Dr. Pia Lassner gespielt. Dreieinhalb Jahre lang, habe aber auch sonst alles mögliche. Rosenheim-Korps, Küstenwache, Einfall für zwei, der Alte, Cobra-Elf, alles Mögliche. Das habe ich gespielt. Und vor ein paar Jahren habe ich mich selbstständig gemacht als Körpersprachetrainerin, weil das, was ich gelernt habe und das, was ich gelebt habe 25 Jahre lang, das wollte ich dann in die Welt hinaustragen und wollte schauen, ob man damit auch was erreichen kann, ob ich mein Wissen und das, was ich gelernt habe, auch umsetzen kann und anderen mitgeben kann. Ja, das ist sehr gut gelungen. Jetzt mache ich Vorträge, nicht jetzt, sondern schon seit Jahren mache ich Vorträge und Seminare in Körpersprache, gebe Coachings und so weiter. Ja, ich habe zehn Bücher geschrieben, schreibe natürlich immer am Elften, logisch. Wer weiß schon, wann das rauskommt, keine Ahnung. Aber Titel gibt es schon, Titel ist schon in der Arbeit. Ja, aber wenn ich den sagen würde, wird er mir geklaut. Ja, nee, aber du hast ihn auf jeden Fall schon, er ist schon da. Ja, 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 klar. Okay, vielleicht so, was mich interessiert, du hast gerade gesagt, du hast es gelernt, also wann ist das gekommen, beziehungsweise so, wann hast du für dich so die Idee gehabt, was du irgendwann mal werden willst? War erst der Wunsch, da Schauspielerin zu werden nach der Schule oder wie war dein Weg so am Anfang? Long Version oder Short Version? Wie du magst. Die kurze Version ist, dass Otto Walkes mich entdeckt hat auf einer Veranstaltung, auf der ich ausgeholfen habe, hinter den Kulissen. Dann bin ich nachher noch rumgelaufen zwischen den Leuten und Otto Walkes und ich. Wir haben uns dann gut verstanden, ein bisschen geschäkert und er hat mich dann dem Filmproduzenten Horst Wendland vorgestellt. Der hat die Winnetou-Filme, also die Panay-Filme und Edgar Wallace und die Loriot-Filme und die Otto-Filme gemacht. Und der Herr Wendland hat mich dann gefragt, was möchtest du denn mal werden? Da war ich 18 und ich habe gesagt, ich habe gar nichts gesagt und der Otto knufft mir so in die Seite und sagt, Schauspielerin. Und ich habe nur nachgeplappert, Schauspielerin. Und zwei Wochen später war ich dann bei einem Casting in Italien, in Rom, habe es bekommen und war dann im Kinofilm die Nachfolger von Bud Spencer und Terence Hill. Und ich habe mit Bud Spencer zum Mittag gegessen. Wow. In seinem Haus. Jetzt werden... Ich habe einen Kollegen seiner Frau gekocht. Das war so cool. Ja, da werden jetzt ganz viele neidisch werden, so der Held meiner Kindheit, Bud Spencer und Terence Hill, absolut cool. Aber hast du dann eine Schauspielerausbildung oder bist du einfach ins kalte Wasser geworfen worden? So hört es sich jetzt gerade an. Ich habe zuerst gedreht und dann haben wir uns entschieden, vielleicht doch, dass ich Schauspielunterricht nehmen sollte. Also das gehört einfach dazu oder es gehörte damals noch dazu. Heute macht das ja nicht mehr jeder. Heute gibt es ganz, ganz viele Quereinsteiger. Aber damals, Gott, das klingt erst echt 300 Jahre alt. Also vor zwei, drei Jahren, da hat man noch Wert gelegt auf eine gute Schauspielausbildung. Die habe ich dann gemacht. Also ich war in München, danach war ich in Los Angeles und dann in Berlin und habe insgesamt drei Jahre gemacht. Also normal drei Jahre Schauspielschule. So, was ich so gehört habe, weil mein Jugendtraum war ja irgendwann auch mal Schauspieler zu werden. Ich habe mich halt nie getraut, auf die Schauspielschule zu gehen. Ich habe dich auf der Bühne gesehen. Das würde funktionieren, Ingo. Danke, danke. Vielleicht kommt das, vielleicht kommt es ja nochmal. Aber die Bühne, die jetzt da ist, die gefällt mir ja auch ganz gut. Aber ich habe früher halt immer sehr gerne Theater gespielt. Aber da war halt so erstmal, jetzt lerne erstmal was Anständiges. Das war so die erste Intention. Danach habe ich es aus den Augen verloren. Aber was ich so gehört habe, dass Schauspielschule ja so gerade diese Schauspielprüfung, ja auch nicht ohne ist teilweise. Kommt ja, glaube ich, auch auf den Tag aus, wo du es machst. Bist du beim ersten Mal direkt durchgekommen? Hast du es sofort geschafft? Also war der Abschluss sofort? Wolle ich ganz ehrlich sein? Ja. Ich war auf einer Privatschule und das war eine sehr kleine Klasse. Wir waren, glaube ich, insgesamt, glaube ich, nur 25 Leute. Das heißt, wir hatten mega intensives Training jeden Tag. Alles, was dazu gehört mit Fechten. Fechten war super. Fechten konnte ich gut. Und das war, das macht sich alles. Das hat mir gut gefallen. Was war die Frage? Ich habe es vergessen. Ach ja, ob ich durchgefallen bin. Nein, ich konnte nicht durchfallen. Ob du durchgekommen bist, ja. Ja, es gab eine Aufnahmeprüfung. Und die war nicht so streng, hatte ich das Gefühl. Oder ich war so gut, keine Ahnung. Also ich hatte das Gefühl, das war nicht so streng. Es kam relativ harsches Feedback bei der Prüfung dann. Aber es war alles, woran man arbeiten kann. Und ich glaube, das war dann der Punkt, wo die Direktorin gesagt hat, okay, mit der versuchen wir es. Da kann man was draus machen. Ja. Okay. Aber du hast danach, also immer als Schauspielerin gearbeitet, also ich sage jetzt mal eine klassische Ausbildung oder irgendeinen anderen Beruf hast du nicht gelernt? Nee, ich habe nichts gelernt. Ja, ist ja super. Und gerade so, auch mein Thema ist ja so dieses Thema Konflikt. Also ich habe, ja. Du bist. Ganz kurz, ich habe ja Sport und Englisch studiert. Also so ganz, ne. Ich habe es zwar nicht fertig gemacht, aber ich habe es zumindest angefangen. Was wiederum dann, also dieses Lehrergehen, das habe ich in mir. Mein Vater ist Lehrer. Das habe ich in mir. Und die Schauspielerei hat dann zusammengepasst zu den Trainings, die ich jetzt, da stehe ich vor Leuten und mache eigentlich genau das, was ich für mich 18 entschieden habe, Lehrer zu werden. Ja. Also jemandem was beizubringen. Tatsächlich was beizubringen und die Leute in die Welt rauszulassen. Ein bisschen mit mehr Wissen und mehr Können und dass sie sich wohler fühlen. So, und das passt gut in der Körpersprache zusammen. Es lief alles genau richtig, oder? Ich habe es mir in die richtigen Bahnen gelenkt. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall bin ich jetzt echt happy mit dem, was ich mache. Schauspielerei ist so komplett raus, oder? Du wolltest was sagen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Nochmal? Den letzten Satz? Du wolltest was sagen. Ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung. Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Nicht schlimm. Schauspielerei ist aber jetzt völlig raus im Moment. Also du machst rein nur noch die Trainings. Also nur noch. Ja. Ja, sagen wir mal so. Wenn jetzt was käme, was mich interessieren würde, was mir richtig Spaß machen würde, würde ich es machen. Weil das ist ja was, was ich im Vierteljahrhundert gemacht habe. Aber, und das ist auch wie Fahrradfahren, glaube ich. Man kommt ja schnell wieder rein. Ich würde es machen, ich reiße mich jetzt nicht darum, weil ich wirklich, ich müsste viele Termine so versuchen hinzuschieben. Und du weißt, wie es ist als Trainer. Du kannst nicht sagen, hey Moment mal, kommt mal bitte an einem anderen Tag. Sondern es muss ja alles abgestimmt sein. Und es sind ja viele Leute involviert, die auch an einem Strang ziehen müssen. Deswegen alleine die Termin-Geschichte passt nicht so. Würde sehr schwierig sein. Und es macht mir auch Spaß, was jetzt da ist. Es ist nicht mehr so viel Glamour. Es ist nicht mehr so viel Feenstaub. Roter Teppich mache ich immer noch. Also ich gehe immer noch, wenn ich eingeladen bin, dann über den roten Teppich. Und dann schreien die Fotografen, Yvonne, 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 hier, hier, hier. Dann mache ich das noch. Dann mache ich die Pirouette. Und dann gehe ich rein und habe meinen Spaß auf der Veranstaltung. Ich mache auch noch für RTL, wenn es irgendwas zu drehen gibt, dann mache ich was. Oder ich drehe noch so hier und da drehe ich noch ein paar Sachen. Aber jetzt die großen Schauspielsachen mache ich nicht mehr. Bevor wir zu deinem ursprünglichen Thema kommen, würde mich halt noch interessieren, mein Thema ist ja so das Thema Konfliktmanagement und auch so der Umgang mit den eigenen inneren Konflikten. Ich kann mir vorstellen, so auch als hauptberufliche Schauspielerin teilweise, man hat ja nicht dauerhaft irgendwelche Aufträge oder auch Verträge, dass es da ja auch sicherlich Situationen gibt, wo es einem vielleicht die ein oder andere Hürde im Leben gegeben hat, in deinem Leben auch als Schauspielerin. Gab es die oder konntest du sagen, ich habe da immer toll von gelebt, es war super, immer durchweg? Was ich vorhin sagen wollte, was mir jetzt wieder eingefallen ist, du hast mich jetzt wieder auf den richtigen Pfad gebracht, war, dass die jetzige Tätigkeit, die ich mache, also dieses Körpersprache, Schulen bei Unternehmen, alle möglichen Arten von Unternehmen oder Juristen oder Ärzte oder wer auch immer das von mir, wer mich da immer bucht, dass dieser Feenstaub, dieses Glitzer und Glamour und dieses Berühmtsein, das ist jetzt nicht mehr vorhanden. Ich werde auch ganz oft angesprochen, wann drehst du denn mal wieder, wann kann man dich denn mal wieder sehen? Und dann antworte ich, du siehst mich doch gerade. Dieses, jeden Tag den Leuten ins Wohnzimmer reinzukommen, die sprechen mich auf der Straße an, ich kenne die aber nicht, das ist ein komisches Gefühl. Das vermisse ich nicht so, weil manchmal ist man in Situationen, da will man jetzt auch gar nicht angesprochen werden. Meistens schon, aber wenn ich zum Beispiel früher mit meinen Kindern unterwegs war, als sie noch klein waren, ja klar, habe ich die auch mal angepflau und die so, jetzt geh mal von der Straße runter oder irgend sowas. Und dann merkst du genau, wie alle anderen dich anschauen, so guck mal, die Frau Dr. Pia Lassner scheißt ihre Kinder zusammen. Das ist dann schwierig. Mit den Kindern wurde es dann schwierig, so alleine ist es kein Problem. Aber einmal zum Beispiel stand ich im Supermarkt an der Kasse, habe eine Dose Ravioli draufgepackt und sonst was und hinter mir, die spricht mich an und sagt, ne Frau Dr. Lassner, können Sie wohl nicht kochen oder was? Ja, super. Ja, das ist ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, irgendeiner aus der Lindenstraße sagte ja irgendwann mal, dass er auch immer angesprochen wird, wenn eine Wohnung frei wird, dann können Sie mir ja mal Bescheid sagen irgendwie. Also es scheint für viele ja doch auch so Realität und Fiktion nicht ganz greifbar zu sein. Bei uns, bei unter uns, das ist ja, die Hauptperson war ja viele Jahre der Bäcker, also diese Konditorei, diese Bäckerei. Da gab es tatsächlich einen Bewerbungsbrief als Auszubildender in dieser Bäckerei. Der möchte in dieser Bäckerei lernen. Ja. Okay. Und ich als Frau Dr. Pia Lassen, ich habe auch Briefe bekommen. Ich habe so schlimme Rückenprobleme. Was kann ich denn tun? Und ich habe hier ein Zipperlein und da ein Zipperlein. Ich weiß gar nicht mehr die Rolle. Hattest du eine spezialisierte Fachrichtung in der Serie? Nein, nein, ich konnte alles. Ich konnte Spritzen geben, konnte Knie zusammenflicken, ich konnte Gifte zusammenmischen, ich konnte alles. Also ich konnte im medizinischen Bereich alles. Muss ja so sein, damit man variabel eingestellt werden kann. Ja. Aber ob es da was gab in der Schauspielerei, also bei mir lief es immer ganz gut durch. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe früher mal gemodelt für Adidas und sonst was. Da habe ich mir so ein kleines Polster zusammengeschustert. Und damals, als ich entdeckt wurde von Horst Wendland, der hat ganz am Anfang, hat er zu mir gesagt, da haben wir noch gar nicht angefangen zu drehen, diesen Film in Spanien, diesen Kinofilm. Da hat er zu mir gesagt, ich gebe dir einen Rat mit. Alles, was du verdienst, pass drauf auf. Gerade in der Schauspielerei. Du weißt nie, was kommt. So, weil er hat natürlich die Erfahrung gemacht, dass viele meiner Kollegen, die ganz, ganz oben waren, plötzlich ganz tief abgestürzt sind, weil sie mit vollen Händen das Geld ausgegeben haben, weil es eben auch reinkam. Und dann ging es wieder raus und raus und raus. Dann kamen keine Rollen mehr. Und es ging weiter raus, weiter raus, weiter raus. Und irgendwann waren sie dann pleite. Und ich habe immer ganz gut aufgepasst. Dann kamen meine Kinder unter uns. Unter uns habe ich dann angenommen, da hatte ich meine Kinder schon. Und danach, nach unter uns, habe ich mich dann entschieden. Ich habe dreieinhalb Jahre gespielt. Meine Kinder waren drei und fünf Jahre alt. Und ich habe die nicht mehr gesehen. Ich bin morgens um sechs zum Set gefahren, dann gedreht, gemacht, getan. Abends nach Hause, Kindergute Nacht. Also abends um 19 Uhr nach Hause, Kindergute Nacht. Und dann habe ich noch für den nächsten Tag den Text gelernt. Ich habe die kaum mehr gesehen. Und das ist so ein süßes Alter. Das wollte ich nicht verpassen. Du hast selber einen Sohn, ne? Ja. Kannst du das nachvollziehen? Ja, total, natürlich. Ich wollte das nicht verpassen. Und da hat es mir auch ganz gut in die Karten gespielt, als dann die Frage kam, möchtest du weitermachen oder nicht? Ah, okay. Ich habe jetzt die Zeit mit meinen Kindern sehr, sehr genossen. Wobei es jetzt als Selbstständige natürlich noch mal schwieriger ist, das alles zu koordinieren. Weil ich auch, ich habe ja auch Aufträge, die nicht nur in und um Köln sind, sondern die dann auch mal vielleicht international sind oder auf jeden Fall deutschlandweit. Da bin ich dann schon von der Reisezeit, da bin ich dann mal ein bisschen länger unterwegs. Ja. Das ist schwierig. Obwohl deine Kinder jetzt auch schon etwas älter sind, ne? Also jetzt mittlerweile, ich glaube, deiner ist so alt wie meiner, das hatten wir ja gesagt. Die sind gerade so in dem Alter, wo Eltern anfangen, doof zu werden, ne? So, das ist so. Ja. Ja. Ja, wir hatten uns schon mal darüber unterhalten. Wir haben beide im Moment so dieses Zockergehen. Da treffen die sich gerade ganz gut. Aber kommen wir jetzt auf dem, was du heute machst. Ich habe dich ja auch gesehen auf der Bühne und war auch von der Ausstrahlung von dem, was du da getan hast, ja super begeistert. Also der ganze Abend war sehr schön und was du gemacht hast, war toll. Zum Thema Körpersprache. Was ist so für dich das Wichtigste? Kann man das überhaupt sagen? Gibt es so einen Themenschwerpunkt, den du im Thema Körpersprache hast? Oder, ja, so, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Gibt es einen Schwerpunkt, den ich im Thema Körpersprache habe? Oder womit kommen die Leute zu dir hin? Also wenn ein Unternehmen dich anfragen... Die Tasse habe ich übrigens von Hans Meiser geschenkt bekommen. Ja. Wir haben nämlich mal, wir haben ernsthaft, wir haben einen Vortrag zusammen gemacht. Also wir haben ein Tagesseminar gemacht. Ich habe Körpersprache gemacht und eine Rhetorik und habe es so gut verstanden. Dann sind wir danach noch einen Kaffee trinken gegangen und mir hat die Tasse so gut gefallen, hat er gesagt, komm, schenke ich dir für den schönen Tag. Ja, ist auch schön. Ich glaube, Hans Meiser habe ich das letzte Mal irgendwo gesehen, bei irgendeinem Verschwörungsvideo, meine ich, das er moderiert hat. Ja, ja, das habe ich auch gesehen. Ja, ja. Gut, ich habe keinen Schwerpunkt. Meine Trainings sind Körpersprache lesen und Körpersprache nutzen. Ich ziehe niemandem irgendwas über, wo er seine Körpersprache dann anpassen muss. Und dann sieht das aus, als würde so eine Marionette vor einem rumtanzen, sondern ich schaue mir die Leute an und wir erarbeiten dann, wenn ich die Möglichkeit habe, im kleinen Kreis, wir erarbeiten dann, was ist seine authentische Körpersprache und was ich aber, also mein Schwerpunkt geht immer mehr in situationsadaptive Authentizität. Das heißt, in einer Situation so zu wirken, dass ich mich selber nicht verliere und trotzdem die Situation bediene. Nicht eine Rolle zu spielen, sondern eine Rolle zu erfüllen. Wir alle haben Rollen. Du hast deine Rolle als Vater. Dann hast du deine Rolle als Speaker. Du bist als Speaker niemals so, wie du als Vater bist. Ich habe dich gesehen. Du bist ein ganz knuffiger Vater und wenn du auf die Bühne gehst, dann strahlst du ganz anders und du erfüllst andere Ziele. Du hast andere Einsätze, du hast andere Hindernisse, die du überwinden musst. Du hast andere Szenenpartner, die du überwinden musst. Und dahin geht es immer mehr, dass ich den Leuten zeige, du kannst so wirken, wie du wirken willst, wenn du was bewirken willst. Okay. Also ich stelle mir das in verschiedenen Teams vor, dass da erstmal eine Analyse stattfindet. Was ist deine Rolle in dem jeweiligen Team und wie möchtest du überhaupt wirken oder wie stelle ich mir das in der Arbeit konkret vor? Konkret darf sich jeder seine Rollen erstmal überlegen. Was sind das für Rollen? In der Regierungskraft, im mittleren Management zum Beispiel. Im mittleren Management ist ganz klar, du hast jemanden über dir, du hast die auf deiner Ebene und du hast die unter dir. Und du hast immer eine andere Rolle zu erfüllen. Das ist ja logisch. Zum Beispiel, wenn wir jetzt nur über das Business reden. Und diese Rollen haben immer mit den entsprechenden Szenenpartnern haben bestimmte Ziele. Der Hierarchie über dir hast du bestimmte Ziele zu verfolgen und den Mitarbeitern, mit denen du arbeitest, mit denen hast du auch andere Ziele zu verfolgen. Ein Gespräch mit einem Mitarbeiter wird immer anders ablaufen als ein Gespräch mit dem Chef. Ist ja logisch. Und da sich also situationsadaptive Authentizität zielt hauptsächlich auf Vorbereitung von Gesprächen und Bewusstsein ab. Ich muss mich vorbereiten, ich muss ganz genau wissen, wie meine Rolle erfüllt werden kann, wie ich meine Rolle erfüllen möchte. Was möchte ich erreichen in dieser Rolle? Wo möchte ich hin? Möchte ich ein guter Chef sein? Möchte ich ein strenger Chef sein? Solche Entscheidungen zu treffen. Ja. Worum geht es mir? Werte. Was sind meine Werte? Und was soll am Ende des Drehbuchs dabei rauskommen? Möchte ich die Firma übernehmen? Oder möchte ich einfach nur meine Zeit absitzen? sich über viele Sachen klar werden und dann auch zu wissen, was sind die Hindernisse? Was steht dem im Weg? Und dann wieder zu finden, was sind die Einsätze, die ich bringen muss? Was muss ich leisten? Ein ganz einfaches Beispiel ist, ein Kind möchte Schlittschuhe haben zu Weihnachten. Der Papa sagt, nein, das kriegst du nicht. Also in der Rolle, das Kind möchte als Ziel Schlittschuhe. Der Papa sagt, nein, kriegst du nicht, ist zu teuer. Das Hindernis ist also, ist zu teuer, es muss irgendwo Geld her. Also muss ich das Kind überlegen, wie bequatsche ich Papa, dass ich die Schlittschuhe bekomme oder wie komme ich selber an Geld? Das ist der Einsatz, den ich leisten muss. Wie weit bin ich bereit zu gehen? Das ist ein ganz einfaches Beispiel, aber ich glaube, es erklärt ganz gut, was ich damit meine, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall, also ich finde es total spannend, allein den Ansatz finde ich ja super spannend, weil ich mir schon vorstellen kann, dass das in der Arbeit ja schon für viele die erste Hürde ist, ich überhaupt klar zu werden, welche Rolle habe ich, wo will ich hin und was sind so meine Ziele? Das ist sicherlich der größte Teil von der Arbeit, oder? Du nix da. Ja. Weil das ist, also so wie ich das so finde, ja, du bist dran. Sich über seine eigenen Ziele klar zu werden, ist der wichtigste Part in dieser Sache. Aber das ist ja nur ein Teil der Körpersprache, also nur ein Teil von meinen Seminarmodulen, die ich mache. Das andere Körpersprache lesen, also was, wie fühlt sich mein Gegenüber? Im Vertrieb ist es natürlich auch immer spannend zu sehen, gehe ich in die richtige Richtung? Ist mein Kunde gerade unter Stress? Kann ich ihm irgendwas Gutes tun? Weil wir wollen natürlich, dass es dem Kunden gut geht. Und dann so zu wirken, also die Körpersprache für sich so zu nutzen, dass man das Gespräch in die richtige Richtung lenkt. Ich hatte jetzt zum Beispiel gerade, vorgestern hatte ich ein Seminar, da ging es dem Veranstalter darum, dass seine Gruppe, dass die mehr Strahlen nach außen hin. Okay. Jetzt habe ich den, ich habe so einen schönen Trick mit dem Faden, das habe ich dir ja gezeigt, in dem Vortrag, wie man gerade und aufrecht steht. Also den Faden hinten denken, aus dem Scheitelpunkt, der zieht nach oben und dann geht der Bauch rein, der Bruch geht rein, das Kinn kommt in die richtige Position und man steht gerade. Jetzt ging es aber darum, dass die jedes Mal, wenn die diese, die Geschäftsräume betreten haben, sollten die strahlen. Also das Gesicht, das die in diesen Räumen haben, wirkt nach außen. Jeder Kunde, der reinkommt, der sieht diese, der schaut in diese Gesichter. Und wenn die nicht glücklich sind, wenn die nicht zufrieden sind und wenn die nicht das ausstrahlen, was sie mit sich rumtragen, dann wirkt das auf das Unternehmen zurück. Jetzt habe ich denen gesagt, da ist der Haupteingang. Jedes Mal, wenn ihr in das Gebäude geht und das ist euer Gebäude, das ist eure Bühne, dann denkt ihr euch etwas von der Decke, was runterhängt, was euch total gut schmeckt. Versucht danach zu schnappen und denkt danach an den Faden. Dann haben wir eine Übung gemacht, ich habe sie durch einen imaginären Türbogen gehen lassen. Die sind herangeschlupft, haben sich das gedacht, rauf und bäm, standen sie da und sind weitergegangen. Das war super schön anzuschauen. Wenn die das umsetzen, dann wird das ganze Unternehmen nicht fallen. Ja, und daran sieht man ja eigentlich, mit welchen, ich sage jetzt mal, Kleinigkeiten man sowas verändern kann. Alleine mit der Vorstellungskraft, da ist was Schönes. körpersprachlich was zu ändern und ein Strahlen auf den Lächeln zu haben und Körper, Geist und Seele hängt ja dann auch miteinander zusammen. So öfter ich das trainiere, kann ich mir dann ja auch vorstellen, umso intensiver lebe ich das ja dann auch in dem Unternehmen. Und wenn ich dann natürlich ein Team habe von 20 Leuten, die das alle so tun, dann kann ich ja irgendwann gar nicht mehr anders, als das auch so in das Unternehmen zu bringen. Und das ist natürlich ja auch relativ schnell umzusetzen, wenn das andere eben dann auch damit... Ja, was ich auch ganz wichtig finde ist, was ich immer wieder höre ist, ich will mich nicht verstellen. Ja. Ich will so bleiben, wie ich bin. Dann stelle ich die Frage, was passiert denn, wenn du auf der Autobahn zu deinem Termin fährst? Ein ganz wichtiger Termin, das warten vier Leute auf dich und du fährst, fährst zu schnell, wirst geblitzt und weißt genau, rechnest kurz zurück, okay, zwei Punkte, Führerschein einen Monat weg. Drei Minuten später stehst du vor dem Gebäude, gehst rein und bist dann authentisch. Boah, so eine Scheiße. Boah, geblitzt von Führerschein weg. Nein, das will niemand sehen. Bitte dann nicht authentisch sein. Bitte dann der Situation entsprechend agieren und handeln und wieso verhalten. Und dieses, ich möchte so bleiben, ich möchte so sein, wie ich bin. Ich habe früher viel Sport gemacht, ich habe Triathlon gemacht und ich hatte eine ganz furchtbare, ich weiß nicht, ob du das kennst, so eine, von Langstrecken-Sportlern, so eine unterspannte Körperhaltung. Ja, Schultern nach vorne, alles immer möglichst entspannt, weil man ist ja eh den ganzen Tag am Trainieren und ich habe mir das angewöhnt, mich gerade hinzustellen. Und das hat aber auch was mit meinem Selbstbewusstsein gemacht. Also, wie du gerade genau richtig gesagt hast, das eine wirkt aufs andere und es wirkt zusammen. Indem ich die ganze Zeit mich aufrecht halte und viel lächle, ich bin zufrieden und ich strahle Selbstbewusstsein aus und ich fühle mich dann auch selbstbewusst. Das ist der Rückkopplungseffekt, der sogenannte Rückkopplungseffekt. Das, was wir im Körper tun, wirkt auf unser Gehirn und das Gehirn schüttet einen Cocktail an Hormonen aus. Das kannst du zum Beispiel mit dem Stift, habe ich dir gezeigt, die Schäne eine Minute halten und danach geht's dir gut, weil der Körper denkt, der Körper sendet an das Gehirn, ich lache jetzt mal, irgendwas muss hier lustig sein und das Gehirn denkt, was, irgendwas ist hier lustig, okay, ich schüttel mal Endorphine aus. So, und dann fühlst du dich gut. Ich mache das natürlich nicht mehr mit dem Bleistell. Und ich mache das auch so, ich lächle auch so einfach mal im Auto, sieht komisch aus, aber dank der Freisprechanlagen neuerdings sieht das nicht mehr ganz so komisch aus. Ja, hi, natürlich ist es so. Ja, aber das ist ja eben, wir haben, also ich habe früher in meinen Seminaren, also ich habe kein Bleistell, sondern wenn es ganz schwer fällt, dann nimm den dicksten Edding, den man nehmen kann. So, wenn es einem ganz, ganz schwer fällt, mit dem Lachen. Genau, weil das ist, wenn man das dann wirklich spürt, das geht ja ratzfatz auch, wenn unser Gehirn dann plötzlich den Schalter umlegt, ne, dementsprechend. Du lächst total viel, ne, das ist mir schon aufgefallen. Ich habe mir auch ein paar Videos von dir angeguckt, du strahlst immer so schön, es ist herrlich anzuschauen. Mach das weiter. Ja, dankeschön. Also das ist ja, also das ist, naja, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Dankeschön. Ja, das versuche ich auch so zu transportieren und dann halt auch, wenn du gerade so über solche Sachen sprichst, was du gerade gesagt hast, man ist gerade geblitzt worden. Bei mir ist es ja auch so, so zu unserem Gespräch halt auch, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, sieht man nicht, nicht wirklich. Ach du Schande. Doch, man sieht es, ne? Ja, also ich sehe es ja. Ja, also ich habe, was ist passiert? Ja, ich habe eine Tiefgarage geküsst und ja, das ärgert einen natürlich, sollte aber einem trotzdem nicht das Strahlen nehmen. Ich meine jetzt, ich werde natürlich sehen, wie die Rechnung ausfallen wird, aber ja, die Kurve war zu klein für das Auto anscheinend. Das ist mir auch erst neulich passiert, ohne Witz. Ja. Ja, vor allem das... Welche Tiefgarage war das in Mitten? Nee, in Düsseldorf. In Düsseldorf. Ah, okay. Ärgerliche ist, ich fahre da halt relativ häufig rein und raus und ich kenne die Kurve eigentlich, ne? Naja, gut. Okay. War ein schönes Geräusch. Nee, aber auch das finde ich halt auch wichtig, dass man über seinen Zustand ja auch entscheiden kann, wie man sich fühlen will, darf in dem Fall. Ich meine, ob man sich jetzt da den ganzen Tag... Was viele auch immer noch falsch machen oder was sie denken, sie machen es richtig, aber es von der körpersprachlichen Komponente her funktioniert es einfach nicht, dass sie vorher vor einem wichtigen Termin oder vor einem Vortrag, einer Präsentation oder irgendwas, was sehr viel Konzentration erfordert und viel Selbstbewusstsein erfordert, dass die dann was machen? Die sitzen da, nehmen ihr Handy, machen sich klein, das eine Bein über das andere und checken nochmal die E-Mails. Ja. Was passiert laut Rückkopplungseffekt, wenn wir uns klein machen? Mhm. Das Gehirn denkt sich, ach ja, okay, hier könnte ja irgendwo Gefahr sein, dann werde ich mal ein bisschen Stresshormon ausschütten. Ja, das ist natürlich kontraproduktiv. Deswegen, wenn, ich rede jetzt mal mit euch, ihr, die ihr zuhört, zuschaut, wenn ihr vor einem wichtigen Termin seid, macht euch groß im Traum ein, geht ein paar Schritte, Lampenfieber kann man dadurch auch zum Beispiel runterkochen, dass ihr so lange einatmet, also pro Schritt zählen, eins, zwei, drei, vier, fünf einatmen, eins, zwei, drei, vier, fünf ausatmen. Im Idealfall atmet ihr länger aus als ein, aber zum Üben ist es erstmal gut, während der Bewegung einzuatmen und dann die gleiche Schrittfolge wieder auszuatmen. Erstens, die Bewegung baut Stress ab und dieses konzentrierte und langsame Atmen lenkt euch total ab vom Lampenfieber. Also, sich groß machen und lächeln und, ach, kennst du die Herzchenatmung, Ingo? Nein, kenn ich nicht. Ja, das kommt aus der Resilienzforschung, aus Resilienztherapien. Ich habe das kombiniert mit dem inneren Lächeln, also dieses Bleistift, den Bleistift im Mund zu nehmen, haben wir ja gerade schon gemacht und Lächeln unterhalten. Das sieht natürlich doof aus, das kann man jetzt nicht jedes Mal machen, wenn man irgendwo im Wartebereich ist oder draußen oder zum Auto irgendwo hinfährt. Jetzt habe ich daraus gemacht, das innere Lächeln, das heißt, ganz normal, gucken, aber denk dir ein inneres Lächeln. Also, denk dir nur, dass du lächelst und dabei auf dem Stuhl sitzen oder stehen und dabei langsam einatmen und der Atem, und das ist jetzt aus der Resilienzforschung, der Atem geht, fließt durch das Herz hindurch in den Körper, ganz runter bis zu den Fußspitzen. Beim Ausatmen fließt der Atem wieder durch das Herz nach draußen und das ein paar Mal konzentriert machen, verbunden mit dem inneren Lächeln. Die Hände werden wieder warm und trocken, das Herzchen pumpert nicht mehr so sehr und du fühlst dich wesentlich entspannter als vorher. Und das noch mit der Stimme dabei, da kann ja nichts schief gehen. Also, die muss man noch so als, super. Fühlt sich auf jeden Fall cool an. Also, alleine dieses, dieses sich auf sich selber konzentrieren und dann auch sich so vorzustellen, wie das einfach von oben nach unten fließt, ja, merkt man direkt, Sofort-Effekt. Hammer, cool. Hast du mitgemacht? Ja, klar. Ja, sicher. Wenn du was schon hier so toll anleitest, dann mache ich natürlich mit. Gar keine Frage. Aber du hattest gerade ein spannendes Thema ja auch nochmal gesagt, so generell Handy und Handyhaltung. So, in meiner Wahrnehmung ist ja auch bei unseren, bei meinen Kindern oder bei meinem Kind und auch bei mir selber natürlich, das Handy nimmt ja immer eine wichtige Rolle auch in unserem Leben ja teilweise ein. Und wenn du gerade sagst, so körpersprachlich, mach das ja auch eine ganze Menge mit uns. Der Kopf ist permanent unten. Wir mit SMS, WhatsApp schreiben, auch mal eben auf die E-Mail schauen. Wie ist so deine Handhabung mit dem Handy? Weil du weißt ja, was es macht. Aber eigentlich müssten wir ja, jeder will zum Selfie-Stick noch rumlaufen und ihn hoch machen. Weil es ist ja schon so, dass das ja was mit uns macht, wenn wir permanent auf unser Handy gucken, oder? Ingo, du bist selbstständig und du hast einen Sohn. Du willst natürlich erreichbar sein. Ich bin selbstständig. Ich habe zwei Kinder, zwei megatolle Kinder und ich will für sie erreichbar sein. Wäre ich das nicht, hätte ich meine Tochter nicht um halb fünf von der Abiturfeier abholen können. Ich bin so früh. Ja. Ja, aber ernsthaft. Es geht. Ich bin nicht so der große Whatsapper. Ich kriege da auch immer Rüffel, weil ich nicht sofort zurückschreibe und weil ich mich immer so kurz fasse. Und das wirkt dann recht brüsk. Also meine Körpersprache, die sollte ich vielleicht auch ein bisschen aufs WhatsApp-Schreiben übertragen. Also dieses, wie man da mit jemandem, wie man jemanden abholen kann. Ich bin da nicht so gut. Ich mag das einfach nicht. Und ich mache Instagram, ich mache Facebook, ich mache LinkedIn, ich mache Xing. Ich mache das nur dann, wenn ich Lust dazu habe. Also ich mache, ich fühle mich dann betrieben, jeden Tag irgendwas zu machen, weil wenn ich was mache, will ich ja auch wissen, welche Resonanz es bekommen hat. Und es stresst mich dann manchmal. Also ich kann ja einfach irgendwas reinsetzen und nicht mehr drauf schauen, sondern dann gucke ich, okay, ein Like, zwei Likes, uh, uh, drei Likes, uh, uh, uh. Das ist schon, das triggert mich genauso wie alle anderen. Ja, klar. Das ist schon gut. Weißt du, was ich nicht leiden kann? Das ist diese Memos, diese Audio-Memos. Ich kann es nicht leiden, weil ich bin meistens irgendwo, wo ich es nicht abhören kann. Ja. Weißt du, das Leben geht ganz schnell, aber dieses, und dann siehst du schon, eine Minute dreißig hat jemand draufgequatscht. Um Gottes Willen, eine Minute dreißig. Wann höre ich das ab? Nee, schick mir eine E-Mail an office. Yvonne-Debarg.de. Ich lese alles und ich liebe Schreiben. Okay. Keine Audio-Verteile, bitte. Also den Hinweis haben wir auch verstanden. Keine Audios schicken. Aber noch mal zu meiner Körpersprache zurück. Ich kriege das ja mit in meinen Seminaren. Warum? Also ich habe wirklich viel zu tun im Moment. Und woran liegt das? Ich glaube, ich habe einen Grund gefunden. Diese Digitalisierung, so toll sie auch ist, aber wir vergessen, den Menschen wahrzunehmen und den Menschen in die Augen zu schauen. Und wir führen Verhandlungen mit einem Papier auf dem Tisch, obwohl niemand vor uns sitzt. Wir haben unser iPad, wir haben unsere Dokumente, wir haben unseren Computer, aber wir schauen den anderen nicht mehr an. Und dann wundern wir uns, dass wir nicht mal mehr den Namen kennen danach. Das ist natürlich übertrieben, aber in der Körpersprache kannst du zum Beispiel bei Verhandlungen so viel erkennen. Lass zum Beispiel mal den anderen das Dokument vorlesen. Lass ihn das mal vorlesen oder selber erzählen, was seine Argumente sind. Nicht selber durchgehen, was er dir geschrieben hat, sondern sagen, okay, ich habe was hier vor mir, aber würden Sie es mir bitte nochmal mit Ihren Worten erklären? Und dann auf die Körpersprache achten. Da kann man zwischen den Zeilen so viel lesen und das haben wir verlernt in dieser Verdigitalisierung und dieses immer schneller, immer schneller, immer schneller. Den Menschen wahrzunehmen und vor allem auch, wie wirke ich selbst? Jetzt unsere Kinder, die kriegen wieder, manche davon kriegen wieder eher mit, wie sie wirken, aber auf eine ganz kurile Art, dass sie posten was bei YouTube, bei Facebook, irgendwas, wenn es Fotos sind, ist es noch schlimmer, weil da kann man die Wirkung noch mehr verfälschen. Wenn es Videos sind, die kriegen dann Resonanz auf etwas, das sie nach außen zeigen, was sie aber nicht vom Herzen her sind. Es ist alles völlig skurril geworden und wir schauen uns nicht mehr gegenseitig in die Augen. Und deswegen, glaube ich, funktionieren Körpersprache-Seminare im Moment so gut, weil die Menschen verstehen, da muss wieder Menschlichkeit her, es muss wieder menscheln. Ich habe hier mit Menschen zu tun und Menschen machen Geschäfte und nicht Zahlen oder Computer oder Ausdrucke oder Statistiken. Ja, und da sind wir ja dann im Prinzip ja auch schon bei meinem Thema, Thema Konflikte. Das ist ja auch wichtig, den Körper, die Körpersprache meines Gegenübers lesen zu können oder wenigstens hinterfragen zu können. So, was war das jetzt gerade bei dir? Ja, oder das, ne? Und ich glaube, ja. Gib doch du mal einen, gib mir doch du mal einen Tipp für meine Seminare, was ich machen kann in Konfliktmanagement. Nur Körpersprache. Nur Körpersprache. Nur Körpersprache. Okay, muss ich kurz überlegen. Aber da ist es ja im Endeffekt auch so, gerade wenn wir über Teambuilding sprechen, ist es ja oftmals ganz, ganz, ganz wichtig einfach auch zu schauen, ist da Zuspruch oder Ablehnung bei demjenigen vorhanden. Und das alleine ja auch durch die Gestiken und Mimiken einfach zu erkennen. Aber auch bei sich selber zu bleiben. Also wenn ich mal so die Beispiele nehme aus meinen Deeskalationstrainings, aus der Psychiatrie heraus, da war es ja schon auch wichtig, erst mal sich selber zu kennen. Auch sich selber, gerade in Krisengesprächen zu wissen, hey, wie sind denn meine Augen gerade? Wenn ich ein deeskalierendes Gespräch führe und habe aber so Augen im Prinzip oder bin mir auch meiner Gefühle nicht bewusst, indem ich weiß, ich bin gerade sauer, wütend oder auch voller Power gerade, dann macht es das schwierig, weil ich sage vielleicht was, aber meine Körpersprache sagt ja was völlig anderes aus. Und wie änderst du das bei den Leuten? Wie bringst du denen bei, zu merken, wie sie selber wirken? Also wir haben natürlich viele Rollenspiele auch drin gehabt und was wir auch gemacht haben, gerade in solchen Gesprächen, wenn wir auch Szenen nachgespielt haben, die vorgegeben worden sind, wo sie halt gemerkt haben, oh, da bin ich an meine Grenzen gekommen, dass wir es teilweise auch mit Videosequenzen gemacht haben oder halt auch in der, jemanden hatten, also mehrere Leute, die es dann auch gespiegelt haben, dementsprechend. Das mache ich auch. Das ist genial. Natürlich habe ich da einen Pfund als Schauspielerin. Ich sehe die Sachen bei dem anderen, ich kann den anderen spiegeln und ich packe da nochmal 10% drauf, damit er sieht, okay, ich wirke so, aber so ist die Wirkung, wenn es verstärkt wird. Das ist genial. Das macht auch super Spaß. Und was ich gerne gemacht habe, ist halt einfach auch schon mal so diese kurzfristigen Stresssignale zu erproben. Das Schöne, ich weiß nicht, wie es bei deinen Seminaren ist, aber ich habe immer, wenn ich so zwischen 10, 20, 30 Teilnehmern habe, hast du ja schon meistens so die Hälfte dabei, die bei Rollentrainings, Rollenspielen sagen, oh Gott, möchte ich nicht. Und dadurch ist ja Stress da. Der Stress ist ja echt. Oder wenn ich zu jemandem sage, hey, komm mal nach vorne und wir machen mal was zusammen. Das Adrenalin, was da ausgeschüttet wird, ist ja echt in der Phase. Und viele dann sagen, ja, ich habe ja jetzt nur gespielt. Naja, das kann schon sein, aber das, was dein Körper dir signalisiert, das ist ja da. Der Stress ist ja echt in dem Fall. Und dann da auch mal drauf zu achten, was sind denn so diese kurzfristigen, ganz kurzen, so diese Mikromimiken teilweise auch. Der Körper bietet ja ganz viel. Wenn ich dann in solchen Situationen, so kurz bevor ich halt auch merke, dass mein Puls anfängt zu schlagen, wenn ich dann anfange, so mit den Fingern zu tippeln oder mit den Füßen irgendwas zu machen und da schon den Leuten aufzuzeigen, hey, daran merkst du vielleicht schon, dass du gerade kurz davor bist, ja, in einen Konflikt oder beziehungsweise auch in größeren Stress zu geraten. Und dann dann schon zu intervenieren mit solchen Sachen, die du ja gerade schon gesagt hast, mit einer ruhigen Atmung etc. pp. Und das ist, das ist, das alleine ist schon schön zu sehen. Wir machen es dann meistens in einer kurzen Sequenz. Ja, guck mal, jetzt in einem Team-Setting zum Beispiel, was hat dich aufgeregt? Ja, der, ne, der so und so hat mir in der Pause das und das gesagt. Ja, dann komm mal kurz nach vorne, spielst mal ganz kurz und da siehst du ja schon ganz viel, was da auch passiert, ne? So, und das dann einfach aufzuzeigen und dann zu sagen, hey, es gibt so kurzfristige Erleichterungen, das kann Atmen sein, wir gucken einfach auch, was dein Körper dir so bietet, da kannst du schon eine ganze Menge Stresssignale rausnehmen. So. So. Es gibt eine Übung, die ich mache. Ja. Ich, wie war das jetzt nochmal? Eins, zwei, drei, vier, fünf, also die andere Person und ich, wir stehen nebeneinander und ich schreie die Person an. Ich gehe um sie rum und schreie die Person an, aber nur mit Zahlen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn und so weiter. Und die andere Person muss versuchen, mich runter zu kochen. Mit nur zählen. Da gibt es ganz unterschiedliche Verhaltensweisen, die einen, also die dürfen alles ausprobieren und bei meinen, wenn ich Coache oder Seminare gebe oder was weiß ich, Vorträge, das ist, es kann nie jemand irgendwas fallen, falsch machen. Ja. Das ist nur ein Lernprojekt. Und dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass derjenige reagiert, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich spüre in mich, kocht mich das runter oder macht mich das noch mehr aggressiv? Und dann spiegele ich das, dann gehe ich entweder noch eins drüber, also ich nehme genau den Impuls auf, den ich verspüre und gehe drauf. Das heißt, der andere merkt sofort, hat das funktioniert oder nicht. Und meistens kommt dann raus, wenn ich die anschreibe, eins, zwei, drei, vier, fünf, dass sie dann die beste, also die beste Schiene, die sie fahren können, ist, indem sie ruhig, Distanz wahren auf jeden Fall und sagen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Also sehr beschwichtigend. Ich verstehe nicht, was sie sagen, aber von der Körpersprache und von der Stimme kocht es mich runter. Und manchmal muss es auch sein, dass derjenige, wenn ich so auf ihn zugehe, dass er ganz ruhig mit diesem eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, dass er tatsächlich näher kommt, in mein Territorium eintritt, aber mir kein Gefühl von Gefahr gibt. Und das kocht mich dann auch runter. Ich nehme den Impuls auf und ich werde dann ruhiger. Und der andere merkt sofort, das hat funktioniert. Das ist ein sensationell Problem. Ja, hört sich. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Hat ja sowas ein bisschen auch vom Kampfkunst, so ein bisschen das zu nehmen, die Stimme bekommen, so ein Teil herauszugeben. Ja, genau, wunderbar. Ja, super. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Schnittmengen, die wir ja da auch so haben in den Themen, die da sind, weil das eine geht ohne, das andere definitiv geht es nicht. Und was mir gerade auch super gefallen hat, ist halt wirklich so dieses, ja, diese Haltung auch mitzugeben in die Teams einfach auch. Das, was du vorhin erzählt hattest mit dieser Übung, die finde ich wirklich grandios. Also sowas, sowas einfach, ja, so Teams einfach mitzugeben und mit so Kleinigkeiten wirklich auch eine, ja, so eine ganze, ja, so eine ganze Haltung zu verändern teilweise auch, wenn es dann, wenn die Leute das dann auch mitnehmen wollen. Super. Finde ich grandios. Ja, wir sind schon 45 Minuten dran. Ja. Ich könnte auch hier wieder stundenlang weitersprechen. Ich habe jetzt schon so viel mitgenommen. Hast du vielleicht noch so, wie gehst du selber mit Konflikten um? Hast du überhaupt noch Konflikte? Gibt es Konflikte, die du hast, im privaten, beruflichen? Ich habe, ich habe kaum mehr Konflikte, weil ich mit Statusspielen bis jetzt super gut klarkomme und von jetzt an auch, dass ich, ich schule Statusverhalten. Das ist nicht der soziale Status. Es geht hier nicht um Uhren oder Auto oder sowas, sondern es geht um Statusverhalten, die wir einnehmen. Wenn zwei Menschen auf der Bühne sind, ich glaube, das hatte die, die Melanie auch schon mal erzählt in deinem, in deinem Interview. Ich schule das sehr intensiv mit Rollenspielen und das, die Leute nehmen da einen Nugget mit raus, den können sie von da ab immer anwenden, dass sie innen wissen, wer sie sind und was sie können und nach außen in einem tieferen Status auf die Leute zugehen. Und so kannst du jeder Situation gewinnen. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert und sehr komprimiert ausgedrückt. Aber dann müsst ihr mich einfach mal im Seminar besuchen und schauen, wie kann ich mit Statusspielen umgehen und wie kann ich gewinnen. Was ich deinen Zuschauern und Zuhörern noch mitgeben möchte, ist ein 30% Reduce auf meinen kompletten Masterkurs Körpersprache. Den wann wo findet? Ich habe dich kennengelernt, ich habe dich lieben gelernt und ich weiß, dass deine Zuhörer und Zuschauer das bedient haben, weil wer dich mag, den mag ich auch. Und deswegen kannst du das in die Show Notes packen oder du kannst es unter das Video in die Beschreibung packen, was der Code ist und dann können die, die, die das Video anklicken oder die den Podcast hören, die 30% auf den Masterkurs bekommen. Da gibt es alles, das Körpersprache lesen, Körpersprache nutzen, all das, was ich kann, eben in einem 52-Kurs, in einem 52-Video-Clip-Kurs. Also in 52 Videos, du weißt schon, was ich mache. Ja, vielen, vielen Dank. Super tolles Angebot. Ja, lässt mich ganz glücklich, ganz glücklich werden, sein, tun. Siehst du, ich verliere hier völlig schon meine Sprache, du bringst mich hier gerade. Vielen, vielen Dank. Ich wollte gerade noch irgendwas gesagt haben. Jetzt fällt es mir gerade nicht mehr ein, weil ich das Angebot wirklich super finde. Ach, jetzt fällt es mir wieder ein. Gibst du denn offene, hast du offene Seminare? Also gibst du offene Seminare? Ich gehe jetzt dazu, über offene Seminare zu geben, weil es kommen so viele unterschiedliche Leute auf mich zu und die nicht aus einer Firma sind und jetzt mache ich das und jetzt mache ich es. Also ab Herbst geht es los. Wahrscheinlich am 27. Aber das könnt ihr auf meiner Homepage www.ibrandeback.de schauen. Die wird jetzt neu gemacht. Ich denke mal, in einem Monat ist sie fertig und dann gibt es auch die Termine. Oder mich auf Facebook fragen, freue ich mich immer. Oder Instagram, fragt mich, kontaktiert mich. Ich freue mich über jeden. Ja, also ich schreibe das alles unten rein, was du mir gerade gesagt hast. Und also wenn du offene Seminare, ich werde dabei sein. Wir werden uns sehen, auf jeden Fall. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für den absolut genialen Content, der in dieser kurzen Zeit dabei war. Da war, denke ich, für jeden was zu holen. Und jetzt warst du kurz weg. Ja, ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben, wieder was voneinander hören und sage von Herzen vielen, vielen Dank. Ich danke dir, Ingo. Tschüss alle. Tschüss Ingo. Tschüss. Tabese an. Ja, ichlarıine. Tschüss an. Tschüss an.